Hallo Grillfreunde, heute gibt es einen so maligen Brotsalat. Dazu brauchen wir Champignon, Mais, Brot, Paprika, Zucchini, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Schorizo, grünen Salat und einen Mischsalat. Die Pfanne ist heiß, Schorizo kommt mit dazu. Schorizo knusprig anbraten und wieder raus aus der Pfanne. In dem Öl das Brot anbraten. Das Brot knusprig anbraten und wieder raus aus der Pfanne. Als nächstes kommen Zucchini dann wieder mit dazu. Zucchini sind schon angebraten und kommen raus aus der Pfanne. Zum Schluss kommen die Paprika mit dazu, sowie die Maiskörner und Champignon. Auch dieses Gemüse ist angebraten und kommt jetzt raus aus der Pfanne. Unser sommerlicher Brotsalat ist nun fertig. Wir wünschen guten Appetit.